Ein Kind sollte man seine Spielzeuge wegnehmen, wenn es damit nicht umgehen kann. Und das werde ich jetzt auch tun. So. Ach, das war's! Ja, perfekt. Ich würde mal sagen, wir haben gewonnen. Ha! Oh, kleiner Moskwin. Ja, mach das. Aber nicht zu laut. Ja, geil! Alter, das wird ja richtig ein Speedrun hier. Das war Mission 2. Ja, weiter geht's, ne? Heftig. Kommander, die Ehre meiner Familie ist durch ihren Sieg auf Oki gerettet. Aber jetzt tragen wir den Kampf zu den Aggressoren. Wir müssen Moskwin und Olek zeigen, was es heißt, sich mit dem Reich der aufgehenden Sonne anzulegen. Attackieren Sie Wladivostok und vernichten Sie dort alle sowjetischen Truppen. Wenn das getan ist, ist der Pazifik wieder in unserer Hand und die Kontrolle über diese Gewässer wird wieder so sein wie vor dem Krieg. Zwingen Sie sie in die Knie, Kommander. Sie müssen bezahlen für Ihre Frechheit. Sehr gerne. Ja. Hehehe. Hehehe. Auf Befehl von Prinz Tatsu dürfen die Angriffe der Sowjets auf die Uki-Insel nicht ungesühnt bleiben. Sie haben die Ehre, die verantwortlichen sowjetischen Kommandanten zur Rechenschaft zu ziehen. Ihr Ziel ist der Hafen von Wladivostok. Er ist der Ausgangspunkt der jüngsten sowjetischen Offensive gegen unser Land. Hier sind Ihre Einsatzziele. Zerstören Sie Kommandant Olegs Stützpunkt. Er befehligt die sowjetischen Panzerverbände. Zerstören Sie den Stützpunkt von Kommandant Moskvin. Er befehligt den Großteil der experimentellen Waffen der Sowjetunion. Richtig. Die Alliierten werden nicht untätig zusehen. Sie dürfen unsere Pläne nicht stören. Das werden sie auch nicht. Führen Sie Ihre Befehle aus für das Andenken des Kaisers. Jawohl. Für das Andenken des Kaisers. Zu Befehlen. Dieser Albtraum muss ein Ende finden. Diese sowjetische Basis ist verantwortlich für die Angriffe. Räumen Sie den nahegelegenen Vorposten und errichten Sie einen Brückenkopf. Die einzige Kommandantin, den ich mitmischte, ist die Luftwaffenoffizierin. Den sowjetischen Frontstützpunkt und sammeln Sie Ihre Truppen dort zum Angriff. Okay. Wie ihr befehlt. Mensch, wir sind jetzt schon Mission 3. Wie geil ist das denn? Wladivostok. Wahnsinn. Ich hätte, wenn ich ehrlich bin, nicht gedacht, dass das so schnell gehen würde. So. Einmal auspacken. Dockskern auspacken. Ich baue trotzdem nochmal einen Generatorkern. Sicherheitshalber. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Kann ich das da oben noch mitnehmen? Ich versuche es einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Ach, Sea Wings haben wir auch noch, sehe ich gerade. Nicht Chicken Wings, sondern Sea Wings. Sehr schön. Großrechner-Klarn. Gleich mal verbessern. Was ist das denn? Denken Sie etwas, Sie können mich mit dieser winzigen Armee besiegen? Es wird einfacher sein als mein Streit mit meiner Frau letzte Nacht. Ne, ist klar. Ich bin aber nicht deine Frau. Oleg. Du Idiot, du. Ehrlich. Docks Upgrade, Docks Durchbruch. Gut, dann bauen wir mal acht von... Ne, warte mal. Vier von denen. Ah doch, acht von denen. So. So, und dann bauen wir ein paar Defender-Kerne zur Verteidigung. Auch da oben vor allen Dingen. Er wird mit Sicherheit da oben versuchen anzugreifen. Mit absoluter Sicherheit. Ja, ich habe auch schon alles gesehen, ne, glaube ich. Oder vieles. Und natürlich kommt er von genau der falschen Seite. Super. Ich liebe sowas. Echt. Bereitest dich extra vor und dann greift er genau von der anderen Seite an. Das ist so ein feiges Schwein, du Held. Aber er hat zwei Zugänge, sehe ich gerade auf der Karte. Okay. Also war es gar nicht so grundverkehrt. Genau. Dieses Meer gehört dem Reich. Ich glaube, so viele brauche ich von denen auch gar nicht. Was wir eher brauchen, sind die hier. Die Tsunami-Panzer. Die brauchen wir eher. Ich werde aber nicht alle Ziele ausschalten. Ich habe nämlich schon eine Idee. Der Tsunami erwacht. Genau. Ja, Samurai. Was ist das denn hier? Wieso hängt ihr fest? Hallo? Ich brauche nur einen Defender-Kern als Luftabwehr. So. Okay, das speichern wir mal. Wie gesagt, wir sind jetzt schon in der letzten Mission. Aber die letzte Mission wird umso knackiger. Ihr habt es ja schon gehört. Auch die Alliierten werden intervenieren. Leider. So sieht es aus. Niemand besiegt die kaiserliche Marine. Mhm. Mögen wir umrechnen, Tsunami-Panzer. Nix untergehen. Ihr bleibt schön am Leben. Unzureichende Mittel. Der Tsunami erwacht. Ich glaube, für den Tsunami-Panzer hätte ich auch gar nicht groß... Ach, die Superwaffe dürfen wir gar nicht bauen. Auch schade. Warum nicht? Was versuchst du denn hier? Hm? Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten entdeckt. Ja, das war ja wohl nix, ne? Das ist natürlich besonders dämlich, ne? Direkt in der Nähe der Reparaturwerft. Ja, das war jetzt wirklich gerade dämlich von ihm. Das war wirklich dämlich. Hm. Ich überlege gerade, soll ich nochmal einen Dockskern bauen? Brauche ich eigentlich gar nicht. Nö, brauche ich nicht. Was soll ich mit dem zweiten? Einer reicht. Der Tsunami erwacht. Soll ich mal frech sein? Ich glaube, ich werde mal so frech sein und schon mal einen Angriff versuchen. Sollte er scheitern, kann ich ja immer noch laden, zur Not. Die KI kämpft schließlich auch nicht ehrenhaft. Also warum sollte ich das tun? Im modernen Krieg gibt es sowas wie Ihre nicht mehr. Abwehrdrohnen bereit. Ziel wählen. Seidliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angewiesen. Den Füssel, den Tsunami. Einheit, der Mon. Und zu reichen, der Mitte. Eine Einheit wird angewiesen. Boah, Alter. Spinnt der? Boah, was hat der denn hier alles? Ach du Scheiße. Wie soll ich den denn habhaft werden? Okay, wir laden. Wie soll ich den denn habhaft werden? Sind die bescheuert? Okay, Planänderung. Wir bauen Sea Wings. Und zwar ohne Ende. Alter. Das ist aus Verteidigung. Ganz einfach. Wie soll man den denn habhaft werden? Sind die bescheuert? Feindliche Einheiten entdeckt. Ehrenhafte Entlassung autorisiert. Oh, sonst geht's noch, oder was? Freu nur dem Kaiser gegenüber. Der Weg des Kriegers. Habt ihr das gesehen, ey? Alter. Und zu reichen, der Mitte. Und durch die Stützung nicht angegriffen. Ja, natürlich. Was ist das denn hier schon wieder? Feige Schwein. Verpisst dich. Feigling. Ja, natürlich. Du feige Sowjetsau. Ja, ja, ja. Ihr seid die geilsten. Komm, verpisst euch. Bevor ich hier noch irgendwelche Beleidigungen benutze, die unangebracht sind. Mann. Toll. Ich hab ne Raffinerie verloren. Weil der Sowjet nicht warten kann. Die feige Sau. Oh, kleines feiges Schwein. Kannst uns wohl nicht abwarten, zu verlieren, wa? Meine Güte nochmal. Du kriegst schon früh genug auf die Fresse. Mach dir darum mal keinen Kopf. Unser Wasser-Scan läuft. Bin unterwegs. Ich glaub, wir müssen zuerst wirklich die Werftmaus im Weg räumen. Die nervt. Ne, ich speichere das mal unter 2. Es ist ärgerlich, dass ich die Raffinerie und die Panzer verloren hab. LP-Kampagne. Ne, ich geb einfach ein Glück. Fertig. Glück. Fertig. So. Mein Gott. Soll ich da ewig an einem Text hängen? Sauf, scheiße. Der wird bestimmt gleich seine MIGs losjagen. Da kenn ich ja schon. Da wartet er nur drauf. Natürlich hat er rein zufällig direkt eine MIG vor Ort. Genau. Ja, ja. Das ist doch ein Arschloch. Ehrlich. Auf jeden Scheiß die passende Antwort. Ehrlich. Auf jeden Schiss gleich das passende Gegenteil. Mittel. Ehrlich. Es geht einen so auf den Sack, dass er ständig die passende Antwort parat hat. Ehrlich. Und wieder rein ins Wasser. Ja, ja. Verpiss ihn mal wieder, du feige Sau. Ehrlich. Unglaublich sowas. Wenigstens hat er keine Marineeinheiten mehr. Schränkt ihn schon mal ordentlich ein. Das ist ein Feigling, ey. Ehrlich. Unglaublich. Natürlich haben die Japaner ihre besten Einheiten nur auf ihren, äh, ne? In ihrer MIG-Plattform. Das ist ja das Blöde. Äh. Kleines, feiges Schwein. So machst du es mir nicht so einfach, ne? Schade eigentlich. Ich hätte es gerne einfach gehabt. Ja, alles klar. Äh, ich sehe schon. Wir werden hier leider mit, äh, Sea Wings nicht sehr weit kommen. Mist. Tja, aber ich würde doch den Durchbruch machen müssen, wa? Weil wir brauchen auf jeden... Wir brauchen anscheinend auf jeden Fall die Shogun-Schlachtschiffe, sonst wird das nix. Die Karte ist ja recht klein, also müssten sie da eigentlich... Betonung liegt auf eigentlich, müssten sie da rankommen. Ja, ja. Verpiesel dich mal, du feiger Horn. Ehrlich. Ja, ja, du traust dich eh nicht, das kennen wir schon. Deine falsche Andeutung kannst du dir schenken. Gut. Vier Shogun-Schlachtschiffe. Oder sagen wir zwei. Zwei reichen. Wir müssen es nicht übertreiben. Bullfrog ist nicht so schlimm. Hau den da weg. Danke. Maschinerraum. Unser Schutzpunkt hat angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Letztes der Fahrt. Nein, 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 nein. Eine Einheit wird angegriffen. Wir sind vor. Bringt schon Wasser ein. Oh. Mögen wir euch runtergehen? Hat sich auch noch ein Tsunami-Panzer von mir gekreilt. So, jetzt nicht mehr. Feindliche Einheit wird weg. Kannst du das zerstören? Ja. Dann mach das. Ah, ja. Ah, ja. Alter, kriegen die auf die Fresse. Also Tsunami-Panzer im Wasser kannst du ja echt vergessen, ne? Alter Schwede. So, erstmal. Speichern unter Glück. Ich werde das jetzt bestimmt nicht irgendwie festspeichern. Garantiert nicht. Kommst du da ran? Ja, natürlich. Komm, siehst du meine Sea-Wings, schickst du sie gleich wieder los, ne? Deine geliebten Bullfrogs. Meine Güte nochmal. Sowas feiges, ey. Ey, ehrlich. Ja, KI. Alles klar. Mit Panzer gegen Marineeinheit. Du spinnst ja auch. Ehrlich. Hast auch den Schutz nicht gehört, ne? Meine Güte. Meine Güte. Das war dein Panzer. Oh, kommen die da echt nicht ran? Na, mein ich ja wohl. Ich wollte gerade sagen. Kann doch nicht angehen, dass sie da nicht rankommen. Hallo? Das sind Schlachtschiffe. Die müssten da ja wohl rankommen können. Was ist das denn? Wasserland, ne? Doch, mach das, Mann. Müsste eigentlich untergehen, das Ding. Sofort. Mann, 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 sowjet. Tja, was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt vor? Hm. Ich bau auf jeden Fall schon mal die MEG-Plattform. Ein Dojo wird, glaube ich, auch nicht schlecht. Und natürlich, um sicherzustellen, dass die Energieversorgung weiter gewährleistet ist. Einen weiteren Generatorkern. Ach, schon wieder da oben. Und dann noch mit Luftwaffe. Schön. Ja, da kann er keine Marine mehr einsetzen, wa? So, ein Scheiß aber auch. Hm. Guck dir das an, wie schnell er die Flucht ergreift, der Feigling. Das ist unfassbar, ehrlich. Das ist so ein feiger Hund, ehrlich. Ja, natürlich. Ja, ja. Du bist ganz schön feige, Sowjet. Oleg, Mac Pollack. Du bist ganz schön feige, mein Lieber. Geht mal hier bitte an Land. Ich sehe nämlich so gut wie gar nichts. Ich muss hier mal was sehen. Tut mir zumal leid für die Jungs, aber ich muss sehen, was der Gegner hat. Die sind toll, die Shogun-Schlachtschiffe, ne? So toll, dass du sie scheiße findest, ne? Ja, ja. Oh, Feigerhund, du. Ja, Terror-Drohne. Alles klar. Okay, die Kaserne ist schon mal weg. War, glaube ich, ein Fehler, die zu zerstören, aber naja, gut. Ist okay. Ist echt blöd, weil die, äh, Japaner echt keine Einheit haben, die denen einigermaßen das Wasser reichen kann. Das ist echt blöd. Aber ich glaube, ich muss echt mal meine Shogun-Schlachtschiffe, äh, statt zum Angriff für einen Schutz benutzen. So wie es aussieht. Ich muss sie wirklich als Schutz verwenden. So blöd es klingt. Und dann werden wir mal versuchen, die Mech-Plattform auszupacken. Kriegen auch direkte Leitschutz mit. Damit unser Gegner auch ja nicht auf irgendwelche blöden Ideen kommt. So. Damit ist das schon mal erledigt. Wir haben Flugabwehr vor Ort. Es ist nur ein blöder Versuch. Sollte es nicht klappen, lade ich. Es ist ja irgendwo nicht ein, mein Schiff, äh, mein, äh, meine Plattform zu verlieren. So ist es ja nicht. Das könnt ihr auch gleich mal zerlegen. Wenn ihr er trifft, natürlich. Okay. Beide haben Helden-Status. So ist doch nicht schlecht. Hm. 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 I para. Ich. Ich. Third. Und in Dich. Ich. Da. Das. Ich. Der, das. Sah. W× jury. Ich.